So, da sind wir wieder nach der Länderspielpause und damit Moin und herzlich Willkommen zum Spieltagscheck vor dem Heimspiel unserer Jungs gegen den SSV Jahn Regensburg und wir wollen sprechen mit einem Mann, der vor dem Break ein ganz besonderes Spiel bestritten hat und der auch eine sehr interessante Regensburg-Vergangenheit hat und das ist Miro Muheim. Moin Miro. Moin. Grüß dich. Du hast gegen Preußen Münster, ich habe schon so ein bisschen angeteast, dein hundertstes Pflichtspiel für den HSV bestritten. Glückwunsch dazu erstmal. War es für dich dementsprechend auch ein besonderer Matchday? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass ich schon bei 100 Spielen bin. Vor dem Spieltag sind ein paar Leute dann zu mir gekommen und haben mir das gesagt. Ist natürlich speziell, 100 Spiele für den HSV, das kann nicht jeder von sich sagen. Und es war natürlich auch ein super Spiel. Gewonnen, gute Leistung. Ja, war ein spezieller Tag. Du bist im Sommer 2021 zum HSV gewechselt. Würdest du sagen, jetzt rückblickend, deine Erwartungen, die du damals hattest an diesem Transfer, sind erfüllt worden oder hast du sie sogar übertroffen? Ja, auf jeden Fall erfüllt. Mein Ziel war es natürlich Stammspieler zu werden. Ja, deshalb wurden die Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Ich habe vorhin noch mal in der Statistik nachgekramt. Du stehst bei neun Toren und 19 Vorlagen. Für einen Verteidiger, wie ich finde, sehr respektable Werte. Bist du zufrieden? Ja, sicher. Aber es geht natürlich noch mehr. Mein Ziel ist es, jede Saison immer noch mehr Scorer-Punkte zu sammeln. Und ja, diese Saison habe ich jetzt zwei Vorlagen und ich hoffe natürlich, da kommen noch ein paar dazu und auch Tore. Und seinen ersten Treffer für den HSV hat gegen Preußen Münster Daniel L. Fadli erzielt. Und den hatten wir im Podcast Pur der HSV zu Gast. Und dementsprechend ist hier unsere Podcast-Perle der Woche. Ist das das letzte bisschen, was fehlt? Bundesliga-Profi? Ganz klar. Also ich habe es auch ein paar Jungs gesagt, weil die halt meinen Weg so besonders auffinden. Ich habe denen gesagt, aber jetzt muss ich halt bis zum Ende kommen. Da nehme ich euch halt alle auch mit. Also gehen wir zusammen. Das ist so ganz, ganz fest in meinem Kopf. Jetzt habe ich es bis hierhin geschafft, zu einem wirklich für mich besten Verein in der zweiten Liga. Und jetzt auch mit dem Stadion und mit der Stadt. Der Verein gehört nicht in die zweite Liga, sondern in die erste Liga. Und jetzt will ich halt den ganzen Weg gehen. Miro in der Jugend. Und das hat wahrscheinlich auch nicht jeder HSV-Fan so auf dem Schirm. Hast du ja beim FC Chelsea in London gespielt, unter anderem auch mit Reece James, mit Mason Mount zusammen. Kann man sagen, jetzt auch so ein bisschen rückblickend auf deine 100 HSV-Pflichtspiele, dass du von dieser Zeit auch immer noch zehrst, dass du da auch ganz viel rausgenommen hast und dementsprechend jetzt auch auf diesem Level performen kannst? Ja, sicher. Also man genießt natürlich da eine super Ausbildung. Man hat alles, was man braucht. Super Trainer, super Mitspieler auch. Und ich habe da extrem viel gelernt und auch mitgenommen. Und ich glaube, das hat mir in meiner ganzen Karriere sehr geholfen. Was du da scheinbar auch mitgenommen hast, ist Wettkampfhärte. Du hast, seitdem du zum HSV gewechselt bist, nur fünf Ligaspiele verletzungsbedingt verpasst. Was ist dein Fitnessgeheimnis? Ach, ich versuche viel im Gym zu machen, vor dem Training, nach dem Training. Also Vorbereitung aufs Training und dann Nachbereitung mit Dehnen, Stretchen, Krafttraining. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja und sonst, denke ich mal, verträgt mein Köpfe einfach anscheinend die Spiele sehr gut und ja, das ist natürlich was Schönes. Parallel zu deiner Vereinskarriere hast du ja auch im Prinzip alle Schweizer Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Mal Hand aufs Herz, wie realistisch ist es und wie sehr lebt auch dieser Traum in dir, nochmal ein Spiel für die Schweizer Nathie zu machen? Ja, also das ist natürlich ein riesen Traum. Ich glaube, für jeden Fußballer ist es ein Traum, sein Land zu vertreten. Ja und ich glaube, so unrealistisch ist es nicht. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal auf Abruf dabei, also nicht dabei, sondern nur auf Abruf. Aber ja, ich glaube fest daran, dass ich das schaffe und ja, arbeite hart weiter und hoffe, dass es dann irgendwann klappt. Einer, der da schon aufdribbeln durfte, ist Silvan Hefti, dein alter, neuer Teamkollege, mit dem du schon in St. Gallen zusammengespielt hast. Erzähl mal so über euer Verhältnis. Wie gut habt ihr euch damals auch verstanden? Wie ist es jetzt, wieder mit ihm zusammen zu spielen? Ja, wir haben es sehr gut verstanden. Wir hatten auch eine super Saison zusammen damals. Das hat echt Spaß gemacht. Ja und schön, dass er hier ist. Er hat sehr viel Qualität und kann der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, ich versuche ihm so ein bisschen zu helfen, hier anzukommen. Aber er ist ein guter Junge und ich glaube, das fällt ihm gar nicht so schwer. Soweit also erstmal alles von Miro Muhheim. Und jetzt schauen wir mal, was unser Cheftrainer Steffen Baumgart zum Besten gegeben hat. Und zwar in der Pressekonferenz. Und die Rubrik heißt seit dieser Saison gefragt, gesagt. Bei uns eigentlich nur ein, der wirklich verletzt ist, Bagger. Weiterhin alle anderen dann wirklich am Start auch möglich dann dementsprechend im Kader zu sein und zu spielen. Also jetzt würde ich erstmal vorsichtig sein, weil wir haben jetzt erstmal gegen einen Aufsteiger gespielt. Und wir haben auch in dem Spiel Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, na gut, das muss besser laufen und klarer laufen. Also wir haben am Ende in der zweiten Halbzeit den Gegner ein Spiel kommen lassen, was uns nicht gefallen hat. Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich ist, haben wir schon gesehen, was gut war. Und da waren viele Sachen. Und dann gab es natürlich auch Sachen, die nicht gut sind. Deswegen, ich würde jetzt aber auch keine Geschichte draus machen, jetzt gegen die Aufsteiger einmal drei Punkte geholt. Regensburg ist eine Mannschaft, die sehr kampfstark ist, die einen klaren Plan hat, die zwar wenig Tore im Moment gemacht hat, aber wer die Spiele sieht, sind das alles Spiele, die du erstmal, wie soll ich sagen, positiv gestalten musst. Natürlich kann ja nicht einen rausnehmen, nur um einfach rauszunehmen, sondern ich habe zwei Stürmer, die es im Moment sehr gut machen. Ich habe drei Stürmer, die sehr gut trainieren, die sehr gut arbeiten. Und da werden wir in die Situation kommen, dass ich mit allen drei immer wieder auch beginnen werde. Und soweit sind alle drei. Zum Wochenende kann ich mir eher vorstellen, dass es bei der Konstellation von Münster bleibt. Ich glaube, dass wir in der ganzen Saison weiter bei zwei Stürmern agieren wollen oder so, wie ich es auch angesagt habe. Nur, dass sich einfach einer im Vordergrund gespielt hat, der nicht geplant war. Das können wir jetzt positiv sehen oder negativ. Ich sehe es positiv. Es können beide dabei sein. Es kann auch sein, dass nur einer dabei ist. Wenn nur einer dabei ist, dann wird es auf jeden Fall Perrin sein. Bei Saidi ist es dann eher so, dass ich durch die Länderspielpause ihn aus meiner Sicht noch nicht viel gesehen habe. Aber das, was ich gesehen habe und deswegen haben wir ihn ja auch geholt, beides möglich. Miro, seit Saisonbeginn agierst du in so einer Hybridrolle zwischen linken Innenverteidiger und Linksverteidiger. Kommt immer so ein bisschen situativ auch drauf an, mit Ball gegen den Ball. Ist das eine Position, ist das eine Art und Weise zu spielen, die dir gefällt, die auch zu deinen Qualitäten passt? Ja, auf jeden Fall. Also, es gefällt mir sehr. Ich bin immer sehr gerne im Spielaufbau quasi mit dabei und will da helfen. Ich glaube, da liegen auch meine Stärken, mit Ball den Spielaufbau mitzugestalten. Es ist natürlich etwas anderes jetzt. Aber ich finde es cool und es macht Spaß. Gerade das Thema Spielaufbau ja sehr spannend. Ich hatte auch mal mit unserem Videoanalysten Edi Riesen gesprochen, der da auch intensiv mit dir arbeitet. An welchen Details feilt man da? Kriegt ihr irgendwie Videoanalysen dann auch irgendwie aufs Smartphone geliefert? Hast du Einzelbesprechungen? Nimm uns da mal ein bisschen mit. Ja, wir kriegen immer wieder Ausschnitte von Spielen, auch von anderen Mannschaften, die das sehr gut machen und von uns. Und da versucht man immer so kleine Sachen anzupassen. Die Abstände zu den Mitspielern und die Passwege, die Laufwege, die man haben muss, damit man auch anspielbar ist. Es sind immer sehr kleine Sachen, die man anpassen muss, aber das braucht seine Zeit, bis man da perfekt wird. Perfekt wird man nie, aber man versucht es natürlich. Um Kleinigkeiten geht es ja auch bei den Standardsituationen. Lars Lobene spielt jetzt bei Union Berlin. Und dadurch ist da so ein bisschen auch ein Plätzchen für dich frei geworden, bei Ecken, bei Freistößen. Du hast es selber schon vorhin gesagt, hast zwei Tore gegen Münster vorbereitet, hast in Meppen direkt einen reingejagt. Ist das etwas, was dir auch gefällt, da jetzt noch mehr eingebunden zu sein? Und erklär vielleicht anschließend direkt einmal, welche Rolle Merlin Polzin da jetzt auch seit dieser Saison spielt? Ja, also ich kann jetzt die Standards schießen. Ich glaube, das ist auch eine Qualität von mir. Und wir haben da auch in der Vorbereitung trainiert mit Merlin, der ist jetzt der Standardexperte. Er macht das wirklich sehr gut. Ja, zeigt uns auf, wo wir den Gegner Weg tun können und welche Varianten wir spielen sollen. Und dann auf dem Platz liegt es dann an uns, das umzusetzen. Und bisher hat das eigentlich ziemlich gut geklappt. Aber wir arbeiten weiterhin dran und versuchen da gefährlich zu bleiben. Abschließende Frage, Miro, für diesen Interviewpart. Kann man eigentlich sagen, dass der SSV Jahn Regensburg schon so ein Lieblingsgegner für dich ist? Ja, ich meine, ich habe zwei Tore gegen sie geschossen. Ja, wäre natürlich schön, wenn es wieder klappt. Ja, Lieblingsgegner weiß ich jetzt nicht, aber hat auf jeden Fall bisher gegen die sehr gut geklappt. Schon auch irgendwie eine besondere Geschichte, oder? Dass du deine ersten beiden Pflichtspieltreffer jeweils in Regensburg und auch gegen Saisonende dann geschossen hast, schon verrückt. Ja, schon verrückt, ja. Ist speziell. Und eben, wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal eins machen kann, das wäre natürlich schön. Und dann würdest du sicherlich auch wieder mal im Angeberwissen landen, denn in dieser Rubrik schauen wir so alles rund um den Matchday uns genauer an und gucken mal, was es so für spannende Zahlen, Daten und Fakten gibt. Und das machen wir jetzt auch rund um unser Heimspiel gegen Regensburg. Film ab! Das zweite Spiel gegen einen Aufsteiger in Folge steht an und auch bei Regensburg lief der Saisonstart nicht ganz optimal. Zwar konnte der Jan das Pokalspiel gegen den VfL Bochum gewinnen, in der Liga stehen aber ein Sieg drei Niederlagen gegenüber. Vor allem auswärts konnten die Regensburger bisher weder ein Tor noch einen Punkt erzielen. Dabei hatte der Jan in der Sommerpause aufgerüstet. Der Zweitliga erfahrene Sebastian Ernst kam von Hannover 96. Kai Pröger von Rostock, Ex-HSVer Julian Pollersbeck kam, um Stammtorhüter Felix Gebhardt Konkurrenz zu machen. Und vom 1. FC Heidenheim kam ein Mann, bei dem dem einen oder anderen HSVer nicht nur wegen des Namens noch immer ein Schauer über den Rücken läuft. Christian Kühlwetter. Apropos Heidenheim und jetzt kommt echtes Angeberwissen. HSV-Torjäger Robert Glatzl trug bei seinem ersten Tor im Volkspark noch das Trikot des 1. FCH. Und zwar vor exakt sechs Jahren an diesem Sonntag, nämlich am 15.09.2018. Im selben Spiel erzielte Pierre-Michel Lausogga einen Blitz-Hattrick innerhalb von neun Minuten. Für Robert Glatzl folgten noch 34 weitere Tore im Volkspark. Insgesamt erzielte Bobby 35 seiner bislang 86 Zweitligatore in unserem Stadion. Das sind ganze 40,7 Prozent. Nicht übel. Und wo wir gerade bei Torjägern und Toren sind. Einziger Torschütze der Regensburger ist bisher Dominic Cota. Cota hatte mit 21 Torbeteiligungen großen Anteil am Jahnaufstieg in der vergangenen Saison. Ebenso großen Anteil am Aufstieg hatte Trainer Joe Ennox. Den Abstieg in der Saison davor konnte er aber nicht mehr verhindern. Immerhin kam der Amerikaner erst drei Spiele vor Saisonende. Und Achtung, wie der Angeber wissen. Sein erstes Spiel an der Seitenlinie verlor der 53-Jährige gegen den HSV mit 1 zu 5. In der darauffolgenden Saison schaffte er aber direkt den Wiederaufstieg. Und in der Relegation gegen Wien-Wiesbaden, um einmal den Kreis zu schließen, war wer an allen vier Regensburger Toren direkt beteiligt? Natürlich Dominic Cota. Auf den müssen wir am Sonntag ein ganz genaues Auge werfen, damit er uns nicht genauso einschult wie Wiesbaden in der Relegation. Apropos Schule. Ein schönes buntes Thema in dieser Woche waren die Schulstarterpakete. Dieses Jahr vergibt die HSV-Stiftung zum vierten Mal in Folge Schulstartpakete an Erstklässlerinnen und Erstklässler in Hamburg. Zusammen mit Dino Herrmann besuchen wir 15 Grundschulen mit einem niedrigen Sozialindex und verteilen insgesamt über 1.000 Schulstartpakete. Dabei merken wir jedes Jahr wieder, wie wichtig es ist, gleich zu Beginn der Schulzeit Chancengleichheit in der Bildung zu fördern. Wir haben immer wieder das Problem, dass es auch Familien und Eltern gibt, die finanziell nicht so flüssig sind, viele Kinder zu Hause haben. Und ich habe in die Tasche hineinschauen können und bin begeistert von dem Inhalt. Also es sind wirklich viele Dinge drin, die wir hier in der Schule täglich benötigen, die auch häufig fehlen, manchmal auch verloren gehen. Und die Kinder haben hier in der Schule die Dinge auch, sie lassen sie eigentlich hier, damit sie eben auch wirklich, wenn wir sie benötigen, da sind. Das ist natürlich ein Fundus für jede Klasse, so zu starten jetzt. Und ich glaube die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden auch sehr froh sein. Diese Taschen bekommen sie auch selten mal so überreicht, einfach als Geschenk und sie waren begeistert, das hat man den Kindern angemerkt. Bei ihm ist die Schule auch noch nicht so lange her, Fabio Balde. Mit dem 19-jährigen Talent verlängerte der HSV am Dienstag den Vertrag bis 2029. Wenn dieser Vertrag ausläuft, sind diese Kids schon gar nicht mehr in der Grundschule. Also eine ordentlich lange Verlängerung. Hey liebe HSV-Fans, wie ihr seht, ist die Bilder aber noch nicht voll, also geht die Reise weiter. Vielleicht kommt bereits am Sonntag gegen Regensburg ein neues Bild dazu. Oh, da war eigentlich schon alles fertig fürs Angeberwissen und dann kommt doch noch eine Verlängerung ums Eck. Der Hamburger SV und Jonas Meffert haben den zum Sommer 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Am Freitag unterzeichnete der 30-jährige Mittelfeldspieler ein neues Arbeitspapier im Volksparkstadion. Schön, dass du noch länger bei uns bleibst, Meffo. So und zum Abschluss, ihr kennt es aus dem Spieltagscheck 24-25. Da überlegen wir uns immer was ganz Besonderes, passend zu unserem jeweiligen Studiogast heute, Miro Muhheim. Ganz klar, eigentlich recht einfach für mich redaktionell 100 Pflichtspieler ist zu bestritten. Dementsprechend möchte ich dich gerne nach den besondersten Momenten innerhalb dieser 100 Pflichtspiele einmal befragen. Und wir fangen an, Miro, mit der Frage nach deinem schönsten Tor von den Neunen, die du bisher gemacht hast. Ich würde sagen, das Schönste für mich war das gegen Fürth auswärts. Das war letzte Saison einfach ein richtig schönes Tor. Das Speziellste für mich war das Erste natürlich gegen Jan Regensburg. War ein spezieller Moment, mein erstes Tor für den HSV. Und deshalb ist es schwer da zu entscheiden. Waren ein paar schöne dabei, muss man neidlos anerkennen. Miro, deine beste Flanke aus 100 Pflichtspielen, die schönste Torvorlage? Ich würde sagen, ich glaube das war eine Flanke auf Bobby gegen Heidenheim, war das? Yes, aus dem Halbfeld. Ja, genau. Ja, das war super Flanke auch, super Lauf von Bobby und der muss ihn dann nur noch reinschieben. Er hat einfach alles perfekt gepasst und wir haben noch 1-0 gewonnen. Besser geht es dann nicht. Dein bitterster Moment? Ich würde sagen, der bitterste Moment war das Spiel gegen Sandhausen. Haben wir zwar gewonnen, aber ich glaube, die meisten kennen die Story dann dazu. Ja, das war wirklich sehr brutal und so eine Enttäuschung habe ich noch nie erlebt im Fußball. Das hat echt sehr weh getan und hat auch seine Zeit gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Dein schönster Moment? Also den schönsten Moment habe ich bisher, glaube ich, noch nicht erlebt. Der wird noch kommen. Aber bisher war es natürlich mein Debüt vorheimischem Publikum hier gegen Sandhausen. Da bin ich für eine Minute eingewechselt worden. Aber das war schon sehr speziell und werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Dein bester Kumpel in den etwas mehr als drei Jahren? Das ist schwierig. Ich hatte eine super Verbindung mit Lazzi. Wir waren auch Zimmerpartner. Es war echt eine coole Zeit mit ihm. Es ist natürlich schade, dass er jetzt weg ist. Und ansonsten war auch Ludo schon von Anfang an da. Der ist mit mir gekommen. Mit ihm habe ich auch... Ja, wir haben viel zusammen erlebt und ich mag ihn als Freund extrem. Und sonst mit Basso verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, Lazzi gehörte doch auch zu der Spiele-Gang, oder? Da gibt es noch ein paar mehr Members, ne? Genau, ja. Wer ist da noch dabei? Da war Renzi noch dabei, Matze und ab und zu Noah auch. Das Spiel konnte man nur zu viert spielen. Da musste man immer einen rauswerden. Einen Auswechselspieler. Genau. Und abschließend, Miro, deine Ziele für die Zukunft? Ja, klar ist natürlich, der Aufstieg ist ein sehr, sehr großes Ziel. Und ja, bei dem lasse ich es glaube ich auch. Also das ist das Ziel, was über allem steht. Und ich versuche natürlich, meinen Beitrag zu leisten, indem ich meine Leistungen bringe, indem ich mich weiterentwickel, besser werde. Und ja, vorangehe einfach und die Mannschaft mitziehe und versuche da einfach alles für dieses Ziel zu geben. Das kann man doch genauso stehen lassen. Vielen Dank, Miro. Und vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Macht es wie immer. Lasst ein Like da, gern natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Sonntag hier im Volksparkstadion. Und wenn ihr nicht dabei sein könnt, ihr wisst es, unsere Social-Media-Kanäle, das HSV-Netradio, die Homepage, alles ist bereit für euch. Die Matchday-Coverage, die steht. Also bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV. Die Matchday-Coverage, die steht. Also bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV-Netradio, das 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 HSV-Netradio. Loşa bei der exatamenteelia-Kamera, das HSV-Netradio, das HSV-Netradio-Zradio, das HSV-Netradio-Med.